Herzlich Willkommen zu einem weiteren kurzen Projektvideo. Wer wissen möchte, was ich hier für ein Problem an der Formatkreissäge habe, der bleibt einfach dran. Nach dem Intro werdet ihr es verfahren. Angenommen wir wollen jetzt dieses Brettenstückchen abschneiden und möchten aber nochmal irgendwas kontrollieren oder vielleicht die Maschine einschalten oder vielleicht auch einfach nur das Sägeblatt hoch- oder runterfahren. Das werde ich jetzt mal antäuschen. Ich werde jetzt mal das Sägeblatt hochfahren beziehungsweise so antäuschen und dann werdet ihr sehen, was mich total nervt beziehungsweise was auch passiert. Das ist es schon. Das ist so nervig. Erstmal kriegt man irgendwie einen Schock, wenn man hier steht und sich irgendwo in diesem Bereich bewegt und das dann nicht mehr richtig festgehalten hat und dann kippt das hoch. Es fehlt einfach dieser Auflagepunkt hier hinten. Aber was soll man machen, wenn das Brett einfach ein Stückchen zu kurz ist? Es gibt natürlich bei Felder auch Abhilfe. Da gibt es so ein kleines Tischchen. Kosten, sage und schreibe 205 Euro. Netto wohlbemerkt. Mit so einem tollen Icon, dass es neu ist. Wie gesagt, das bauen wir jetzt heute selbst. Das geht ganz einfach. Wird wie gesagt nur ein kurzes Projekt. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten damit jetzt mal. Die beiden Platten habe ich jetzt erstmal zugeschnitten und seit meinem kleinen Magnetspielprojekt, das verlinke ich euch hier oben rechts mal, weiß ich auch, dass das HPL-Platten sind. Danke, lieber Zuschauer. XY, ich weiß nicht, den Namen nicht mehr, sorry. Jetzt ist es aber so, ich habe euch auch unten in der Videobeschreibung die Originalen verlinkt und die haben hier jeweils links und rechts so eine Ausbuchtung. Die braucht man natürlich auf einer Seite auf alle Fälle, wenn man zum Beispiel die Maschine einschalten will, ich greife ganz oft durch oder den Tisch lösen möchte. Man muss ja nicht jedes Mal diese Dinger dann abmachen. Deswegen sind hier so eine Ausbuchtung auf beiden Seiten. Ich frage mich die ganze Zeit nur, ob ich beide Seiten brauche. Eigentlich nicht, aber dann wäre man flexibel mit dem Hin- und Herdrehen vielleicht auch. Wir werden die auf alle Fälle nachher noch, wenn wir fertig sind, komplett einmal abrunden, dass wenn das wirklich vielleicht mal so ein halber Millimeter übersteht, dass ich nicht dagegen komme, sondern dass eine Abrundung drin ist, dass ich dann eben über diese Rundung schieben kann. Ich habe jetzt hier dieses Brett hier schon rausgesucht. Das ist jetzt unten Rest. Hier werden wir diese Form draus machen, damit wir dann einfach wirklich, doch, wir machen es jetzt einfach auf allen Seiten, machen wir also nicht auf allen Seiten, aber auf den Längsseiten. Wir machen das jetzt viermal, damit wir wirklich viermal genau die gleiche Aussparung haben. Also viermal genau das Gleiche. Und das machen wir jetzt. Das heißt, wir werden uns jetzt hier irgendwas aufzeichnen, wie das ungefähr aussieht. Bis zum nächsten Mal. Und by my side, day or night, night or night What you always mean, it's not right, we don't fight But I know what you've been through But I know what you've been through But I know what you've been through Day or night, day or night What you always mean, it's not right, we don't fight Ich bin der Meinung, die Dinger sehen schon fast original aus, also man könnte sie jedenfalls schon fast verwechseln mit den Originalen, abgesehen jetzt vielleicht von der Farbe, aber ich glaube, Felder benutzt auch so eine Platte, aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau Ich habe sie auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen, nicht mal oder unbewusst vielleicht im Ausstellungsraum, das weiß ich nicht Letztendlich bin ich mit denen hier jedenfalls schon mal sehr zufrieden Falls der ein oder andere sich wundert, vorweg, nehme ich es euch schon mal, bevor ihr es in die Kommentare schreibt Warum habe ich jetzt hier die eine Seite abgerundet und die andere Seite einen 45 Grad Winkel ran gemacht Das hängt mit den Fräsern hier zusammen Das sind ja diese INT Fräser aus dem Set, ich verlinke euch das einfach unten mal Und ich hole euch mal dichter ran oder ich komme mal zu euch, besser gesagt Ihr könnt das jetzt gut erkennen, der Zwischenraum zwischen der Anlaufrolle und der eigentlichen Schneide sozusagen, der ist bei dem Abrundfräser einfach höher als bei dem, ja, als bei dem, bei dem da, ja, also bei dem 45 Grad Winkel Ich habe hier nur so eine 8 Millimeter Platte und wenn ich jetzt hier die erste Rundung schon mache und danach auf der anderen Seite das gleiche mache Dann ist die Anlaufrolle, ups, falscher Fräser Dann ist die Anlaufrolle sozusagen an dieser Rundung schon, also über dieser Rundung, also nicht mehr diese Kante, sondern hier oben Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, um, dass da wenigstens, dass es nicht so scharfkantig ist, wenigstens so ein bisschen noch so eine leicht gebrochene Kante zu haben Gut, jetzt noch die Löcherchen, dann die Magnete ran und dann sind wir fertig Und dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe das Ganze mit so einer Fühlerlehre gemessen, also was ich hier an Spielraum habe, ich verlinke euch so einen Teil unten mal in der Videobeschreibung und da habe ich es eben nachgemessen und es sind ungefähr 0,5 bis 0,6 Millimeter. Also was will man mehr? Das Gummi auf diesem Magneten wird sich vielleicht noch ein bisschen zusammendrücken, vielleicht ist es dann irgendwann mal ein bisschen mehr. Aber selbst wenn das eben ein Millimeter ist, dann ist es eben so. Oder ich packe eben nochmal eine Unterlegscheibe dazwischen, dann hat sich das Problem auch wieder gelöst. Ich habe allerdings auch noch andere Magneten besorgt zur Sicherheit. Hier könnte ich oben sozusagen wirklich planen, das heißt ich könnte die wirklich perfekt ausrichten. Da könnte ich wahrscheinlich noch genauer arbeiten, aber wir wollen jetzt wie gesagt nicht übertreiben. Der Vorteil an denen ist, ich kann die natürlich auch ein bisschen hin und her schieben, den Tisch festmachen und ein bisschen hin und her schieben. Das funktioniert bei denen wirklich überhaupt nicht. Wenn ich die Tische abbauen will, deswegen zeige ich es euch jetzt nicht, muss ich den Queranschlag abbauen. Erst dann kann ich sie sozusagen so hochheben, aber ich kann sie jetzt eben nicht hin und her schieben, weil die Magnete haben eben Kraft und das Gummi, das funktioniert leider nicht. Aber der Nachteil an den Dingern ist, wenn ich es denn öfters mal mache, zerkratzt es natürlich dann irgendwo doch die Maschine und das ist es mir nicht wert. Ich werde die wahrscheinlich eh nie abbauen, die werden wahrscheinlich immer dranbleiben. Ich komme hier überall ran, überall durch, also das funktioniert schon und den könnte ich ja auch noch ein Stückchen weiter nach da verschieben. Einmalig. Gut, ich bin jetzt jedenfalls wirklich sehr, sehr happy. Das war auch mal wieder so ein Projekt, was wirklich reibungslos funktioniert hat, keine Probleme aufgetreten sind, außer dass mir Beschrauben gefehlt haben, aber gut, okay. Deswegen habe ich jetzt schon angefangen, da drüben die Wand zu machen, aber gut, okay, das war jetzt nicht das Problem. Okay, gut, ich darf mich bedanken, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende oder eine schöne Restwoche. Ich weiß gerade nicht genau, wann das Video online geht, ach Herr Freitag, also wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, bis dahin, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.